So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Attack on Titan 2. Wir machen weiter mit der Aufklärungsmission. Zweite Aufklärungsmission jenseits der Mauer. Wir hauen uns da gleich rein. 2, 4, 5. Es hat schon 5 Sterne. Das wird lustig. Es wird schon schwieriger. Hauen wir uns rein in den Ladebildschirm. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, die wird jetzt ein bisschen länger. Ich glaube, der Part wird länger. Es sind mehrere Stationen, die wir da durchgehen müssen. Okay, wir beginnen. Boom. Gleich mal vorne. Warum auch nicht. Schnapp ihn dir. Sehr gut. Aber sie bleiben ein One-Hit. Auch mit den Kadetten. Perfekt. Den schnapp ich mir. Mal schauen, was ich an Schaden mache. Ja, passt. Okay. Auch wenn die Sterne jetzt zu hoch sind, machen wir trotzdem eigentlich noch gut Damage. Okay. Alles ist gut. Ich drehe mich. Warte, ich komme runter zu dir. Warte ganz kurz. Sehr gut. So, um was geht's da, Christa? Brauchst Hilfe? Achso, die müssen wir wieder irgendwo hinbringen, gell? Mission erfolgreich. Okay, gut. Schaut mal, da braucht jemand Hilfe. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Bam. Sehr gut. So, da hinten haben wir einen Clan. Und tschüss. So, dann würde ich mal sagen, wir machen einmal da die Ränder fertig. Ja, wir verbrauchen weniger Gas. Das ist super, dass ich das reingekaut habe mit der Sparflamme. Perfekt. So, dir komme ich gleich. Zuerst machen wir mal die hier fertig. Nummer eins einmal. Nummer zwei. Und ich baue da hinten gleich einen Turm. Uh, da kommen jetzt viele. So, irgendwo da hinten. Da ist er, ja. Dich habe ich auch noch gesehen. Bleib so, bitte. Nicht bewegen. Perfekt. So, da können wir ein Türmchen hinbauen. Warum auch nicht? Dann wechseln wir mal da. Perfekt. So, die stürmen da auf irgendwas ein. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sie da ran hindern natürlich. Bisschen mehr Gas rauslassen von Not. Nur ein bisschen mehr. Für die Schnelligkeit natürlich. Und tschüss. Du stehst ja auch nämlich perfekt da. Bleib so, bleib so, bitte. Ja, alles gut. Ne, gut. Dann nicht. So, der Baum ist natürlich im Weg, so wie immer. Den darfst du machen. Heute noch? Gut. Den darfst du machen. Ich glaube, das war's auf der Seite. Dann gehen wir runter zum Rauchsignal. Ja, genau. Du willst jetzt da meine Mauer zerstören? Kann das möglich sein? Na, lass mich das machen. Danke. Da ich jetzt nicht einmal trocken habe. Boom. So, und einer noch hinter uns. Und Henshi ist in unserem Team. Den darfst du machen, aber. Perfekt. Perfekt. Mission erfolgreich. Na. So, wir gehen außen herum. Nämlich, da steht Nohana. Und den fangen wir mal. Bleibt drinnen. Sehr gut. So, ähm, wir können irgendwo hier, ja. Ein Türmchen aufstellen. Das heißt, wir wechseln nochmal alles. Schon alles sehr verbraucht. Und dann schauen wir, dass wir mehr Materialien natürlich kriegen. So, dann gehen wir zu dem, da, da. Perfekt. Dann gehen wir zu Armin als nächstes. Den großen würde ich gerne fangen. Bleib so, kleiner. Sehr schön. So, dann probieren wir es mal. Aber bis jetzt ist es eh nie fehlgeschlagen. Auch er sollte drinnen bleiben. Perfekt. So, hinter uns ist noch einer. Gib mir mal einen Buff. Sehr schön. So, dann haben wir da unten noch einen. Das gibt es ja nicht. Bleib bitte so stehen. Ach, komm jetzt. Ja, das war knapp. Aber knapp daneben ist trotzdem vorbei. So, Pferd. Wir holen uns den letzten Titanen hier. Auf der Map. Nehme ich mal stark an. Auch wenn da unten ein SOS-Signal ist. Warum auch immer. Ich mach mal die Karte ganz klein. Aber da wird mir keiner angezeigt. Da seht ihr dieses SOS-Symbol. Ich hab keine Ahnung, warum das da ist. Da ist ja keiner mehr. Ich geh da jetzt auch nicht hin. Was wir allerdings noch machen, ist, dass wir die Tür mir da noch aufstellen. Natürlich. So, und wir gehen zum Boss. Auf den unteren Turm können wir eigentlich pfeifen. Wir holen uns gleich den Boss, würde ich sagen. Da ist er auch schon. Perfekt. Und ab geht's. So, Streich Nummer 1. Streich Nummer 2. Streich Nummer 3. Und du bist im roten Bereich. Sehr gut. So, rauf mit dir, Fannot. Ha, ha, ha. Und auch er ist nur ein Warnhüt. Ich hätte mir gedacht, dass das schwieriger wird. Aber ja. Sieg. Du gewinnst. Jawohl. Stufe 65. Fertigkeitspunkt. Um eins erhöht nur. Äh, um eins. Ja, ja, ja. Viele schöne Sachen. Und die zwei haben wir gefangen. Eh gut. Dann rauf ins nächste Gebiet. Wie gesagt, ich glaube, da kommen jetzt einige, einige Gebiete. Das war ziemlich groß, was ich da gesehen habe. Ja, ja. Gehen wir los. Hau mich in den nächsten Ladebildschirm, bitte. Den mag ich nämlich so sehr, den Ladebildschirm. So wie wir alle. Na gut, dann beginn wir mal auf der Seite da. Wie immer noch links. Bleib so. Perfekt. Ah, schon wieder so viele Bäume da. Ich mag diese Maps nicht mit den Bäumen. Ich mag die Maps in den Städten. So, da oben sind noch zwei. Den darfst du gleich mal machen. Heidnokatet. Danke. Sehr schön. So, Moment. Da haben wir ein SOS-Symbol. Das kann ich auch verstehen. Nämlich, der hat mir gerade meinen Turm kaputt gemacht. Du machst nie wieder einen Turm kaputt. Ja, und du wirst mein Haberer fressen. Stell den Turm wieder auf. Perfekt. So, ab geht's in die Mitte. Zum Rauchsignal. Krista braucht Hilfe. Die soll sie auch bekommen, natürlich. Bleibst du stehen? Perfekt. Super, danke. So, da haben wir das nächste SOS-Symbol. Da drüben. Mach ihn einmal weg, danke. Und du machst den hier weg. Perfekt. Ich schau auf die Karte. Gleich da hinten geht's weiter. Oh, Levi können wir uns holen. Sehr geil. Bleib so. Das passt. Bleib so. Perfekt. So, jetzt müssen wir aber weggehen von da. Sonst kommen die Bosse da raus. Und das wollen wir ja noch nicht. Noch nicht. Zuerst so viele Detailen wie möglich hier wegmachen. Schaffst du den? Kommst du da irgendwie? Ja, perfekt. Okay. So, du kommst auch zu dem da, oder? Ja, perfekt. So, und wir gehen da noch kurz nach vorne. Den mach ich. Mit ganz, ganz wenig Gas. Oh. Aber trotzdem. Perfekt. So. Dann stellen wir hier einen neuen Turm auf. Wir werden aber nochmal wechseln natürlich. So wie E und Je. Perfekt. Ah, den hier bitte wieder. Vielleicht bringt sich's was. Ich weiß nicht. So, da hinten können wir uns auch gleich noch einen Turm hinbasteln. Mach mal was anderes. Gewährt eine gewisse Zeit eine... Aha. Vielleicht muss man das dann auch abholen. Diesen Gegenstand. Ich probier's einmal. Wahrscheinlich schon, oder? Na, Levi, was ist los? Du brauchst meine Hilfe. Von dem Typen, der immer die Kaserne putzt. Und dann auf mich losgehen. Na, die Kaserne ist nicht zauber. Na, ich mag ihn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, bin schon da. Bin schon da. Ich hab nix gesagt, Levi. Alles ist gut. Ich hoffe, wir zwei werden beste Freunde. So, du los mal einen Turm da in Ruhe. So, okay, Moment. Da können wir noch ein paar Türme aufstellen auf der Seite. Da drüben könnten wir auch noch einen hinstellen. Ja, machen wir das auch. Wir wechseln aber noch mal das Gas. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie viele haben wir denn? 21. Wenn ich da jetzt raufgehe, kommen noch zwei. Das heißt... Ja, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Titanen schwirren da noch irgendwo herum. Den fangen wir. Da teleportieren wir uns einfach hin. Das ist das Geile. In dieser Schnellfunktion. Ja, ja, ja. Der bleibt eh drinnen. Komm, 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 komm. Gehen wir gleich auf ihn da. Perfekt. Und du glaubst auch gleich dran. Glaubst nicht dran. Oh, doch. Du wirst es. Oh, wir können Levi rufen. Das machen wir aber dann beim Boss, oder? So, Henji, erfolgreich geholfen. Wir gehen noch einmal da nach hinten, würde ich sagen. Da hinten können wir nämlich noch einmal drei Türme hinstellen. So, den darfst du machen. Mit mir. Und zack. Ich hoffe, er bleibt drinnen. Ich laufe gleich hin zum Turm. Na, dafür hole ich jetzt nicht Levi. So, machen wir noch die anderen Türme? Ja, oder? Warum nicht? Ah, bitte. Alles gut, Pferd. So, und da unten ist schon wieder. Da. Genau hier. Wo ich jetzt bin. Ich reite da jetzt hin. Hier. Hier sollte ein SOS-Symbol sein. Moment. Wo bin ich denn? Da, unten bin ich. Seht ihr? Da ist dieses SOS-Symbol. Und ich weiß aber nicht, warum das da ist. Hier. Genau hier. Bei dem Turm da. Entweder ist es ein Fehler, oder ich... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da nichts. So, wir holen uns die Bosse, würde ich sagen. Da können wir auch noch in den Turm hinstellen. Alter, der kriegt da wieder am Boden herum. So, Streich Nr. 1 Willst du den haben? Na, dann werden wir uns da bemühen, dass wir den kriegen. So, Nr. 1 mal weg. Ah, ich sehe mich selber nicht mehr. Sehr gut. Nr. 2 ist weg. Dann gehen wir auf den Arm jetzt. Wir werden aber alles nochmal tauschen. Macht sie nicht kaputt, bitte. Perfekt. So, dann gehen wir noch auf den anderen Arm. Oder ist der auch schon weg? Ich glaube, der ist auch schon weg. Okay. Na dann. Versuchen wir es mal. Nö, das geht nicht. Dann müsste ich 24 Minuten warten. Ah, 24 Minuten sage ich. Ach so, der Spine ist noch da. Das habe ich gar nicht gesehen. Deswegen habe ich ihn nicht fangen können. Jetzt soll es funktionieren aber. Jawohl. Jetzt kommt auch die Animation. Perfekt. So, dann stellen wir da mal hin. Perfekt. So, dann holen wir uns da unten die zwei Titanen noch. Und runter mit dir. Sehr schön. So, wo ist Nr. 2? Da hinten, okay. Fangen wir nochmal den da daher. Zack. Und den können wir ja fangen, oder? Hm, das machen wir auch. So, und hinter mir ist der Boss. Da oben. Den versuchen wir jetzt auch noch zu fangen. Na. Mit Henshei. Machen wir das dann. Vielleicht funktioniert es jetzt schon. Hände hat er ja keine mehr. Nö, geht nicht. Der muss wirklich komplett abgesäbelt werden. Also alles. Die Beine und die Hände. Ah, ich habe kein Gas mehr. Okay. Alter, ich mache keinen Schaden da. Jetzt da. Perfekt. Okay. So, Nr. 2. Und wir versuchen ihn zu fangen. Komm, steh auf. Bleib drinnen. Zählt der auch noch? Nö. Du gewinnst. Okay. Der Letzte hat leider nicht mehr erzählt. Aber macht ja nichts. Viele, viele Punkte. Auf jeden Fall immer gut. Schöne viele Sachen. Immer gut. Christo können wir raufbringen. Sehr, sehr gut. Engie ist auch schon so weit. Also bald. Na, es geht voran. Mir gefallen die Nebenmissionen. So, auf ins nächste Gebiet. Nehme ich einmal Stark an. Kann man nicht vorstellen, dass das schon war. Da waren ziemlich viele Punkte. Und dann sollten eigentlich neue Aufklärungsmissionen noch kommen. Ich gehe zum nächsten Bereich, bitte. Ja, hau mich bitte in den nächsten Ladebildschirm. Na komm, danke. So, wir beginnen. Wie immer mal da unten. Ah, die sind da schon ganz nahe am Turm. Hack dich ein. Komm, 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 vanoort. Sehr schön. Beide auf einmal. Tatsächlich. Beide auf einmal habe ich erwischt. So lange ist mein Schwert. Und tschüss. 6.811 Schaden. Ist ja nicht so schlecht, oder? Weiß nicht. Rund runter mit dir. So, da ist aber noch irgendwo einer. Da drüben ist er. Ich sehe dich. Wie du da umher tänzelst. So, mein Pferd, bitte. Mechilmech langsam. Nennen wir das Pferd. Habe ich den anderen auch getroffen? Nein, leider nicht. Diesmal hat es nicht funktioniert. Mach ihn weg. Danke. Da war in irgendeinem Fehler. Keine Ahnung. Pferd! Wo ist mein Pferd schon wieder? Pferd? Pferd? Da ist er. Okay. Na, springst du heute noch drüber? Danke. Hola! Das sind viele Titanen. Bis mein Pferd kommt, Leute. Da bin ich zu früh schneller. Ich bin gleich da, Armin. Meine Kadetten werden dich retten. Ab geht's. Und Nummero zwei, bitte. Beautiful. Ah, ne? Den Turm lassen wir natürlich stehen. Gefallen. Da ist wer gefallen. Tatsächlich. Während des meines Dienstes ist wer gefallen. Ab geht's. So, du musst ganz kurz warten. Ich komm gleich zu dir. Ich mach die da unten noch fertig. Nämlich da unten steht... Ah, bitte. Mein Gas ist leer. Die wollen da unten meinen Turm wieder kaputt machen. Und da ist einer, der fliehen will anscheinend. Okay. Den holen wir uns auch gleich. Zuerst machen wir mal die beim Turm. Nummero eins. Nummero zwei. Und da vorne ist der Typ, der fliehen will. Versuchen wir ihn zu fangen. Ab geht's. Ja, ja. Sei nur angefressen. Und was machst du jetzt? Und fangen. Bleib drinnen. Gut. So, da rennt er. Ja. Er ist froh, dass er frei ist. Geht's nicht mehr. Ab geht's. In die Mitte. Und ab geht's. Nummero eins. Da warten noch die nächsten zwei. Den machst du. Der ist mir zu weit weg. Und den machst du. So, wie viel hast denn du noch? Ja, okay, gut. Haben wir sie da dazwischen. Da unten rennt noch einer um. Da unten können wir auch noch einen Turm hinstellen. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Und da unten gehen wir auch gleich. So, Gas ist leer. Mal wechseln. Die Klingen auch gleich. Und stell hin. Perfekt. So, da oben ist gleich der nächste. Es rang, ich komme. Ich schnapp in dir. Sehr schön. Ah, bitte. Nein, jetzt hat er ihn mir wirklich kaputt gemacht. Böser Titan. Wurscht, stellen wir ihn gleich wieder hin. Alles gut. Ich komme, ich eile, ich fliege, ich bin schon da. So, Mission erfolgreich. Perfekt, perfekt. So, da oben, beim nächsten Turm natürlich. Ja, macht ihn mir nur kaputt, habt ihr recht. Ah, den fangen wir mal. Nächstes Rauch-Signal, hinter mir natürlich. Wie soll es noch anders sein? Schnapp in dir, Kadett. Erwischst ihn? Jawohl, perfekt. Das ist mein Team. So, zum Rauch-Signal gehen wir dann später. Tut mir irgendwie heute schwer mit den Reden. So, hack dich ein. Einmal um die ganze Welt. Das ist ein kleiner, der interessiert mich nicht. So, jajaja. SOS, ich weiß. Wir wechseln einmal das Gas. Dann hier den her. Fährt. Für den Weg möchte ich jetzt nicht mein ganzes Gas raushauen. Alter, wir müssen wirklich ein neues Pferd kaufen. Irgendeins mit mehr Kondi. Und vielleicht auch irgendetwas mit mehr Speed. Das schauen wir uns dann auch gleich an. Wenn wir fertig sind da, ich werde einmal schauen, ob wir das irgendwo dann kaufen können. Nämlich für die Strecken, die sind halt ziemlich lang. Bleib so. Was? Ich habe ihn nicht getroffen. Wirklich. Aber dafür jetzt. Damit kann ich leben. Kadett. Perfekt. So, SOS. Jaja, SOS. So, gleich noch ein... Ah, Ehren, okay. Gleich noch ein Signal. Jetzt ist das hier. Oh, hey. Oh, hey. Ach, hey. Ach, hey. Das ist nicht verstanden. Ich bin wirklich dankbar. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Es ist mir auch nett. Es ist nur eine Ehre, dass ich helfen konnte. Ja, ja. Oh, hey. Das ist eine Erklärung. Ach, hey. So, jetzt kann das Pferd kommen. Jetzt ist nur noch eine Ebene da. Und da oben sind auch noch zwei. Sehe ich, drei, vier, vier. Ja? Tatsächlich. Perfekt. Du mal deine Klinge wechseln. Danke. So, einmal. Dann zweimal. Bisschen fangen wir auch noch. Vielleicht bringt es sich ja was. Na, perfekt. Achso, da ist noch einer. Na dann. Fangen wir den natürlich auch. Oh, das ist ein kleiner. Ein ganz kleiner ist das. Kated. Diskutiere Eren zum Zielgebiet. Okay. Ich bin schon da im Zielgebiet. Eren auch anscheinend. Der kämpft da vorne. Warte, ich bin gleich da. So, Eren. Bitteschön. Das war's wieder, oder? Ich glaube, wir können zum Boss gehen. Okay, die Mission kann beginnen. Ich hoffe, ich muss die nicht irgendwo hinbringen. Wir werden es dann sehen. Wir bauen dann noch ein paar Türmchen auf. So, und wenn wir dann da drüben sind, dann können wir dann gleich wieder das Gas tauschen. Kriegen wir wieder voll. Und dann kämpfen wir gegen den Boss. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Nö, wir haben wirklich alles ausgerottet. Da unten bis Deppert, urviele Verteidigungszeichen. Aber ich glaube nicht, dass die Hilfe brauchen. Die stehen dann nur da, oder? So, mal wechseln, alles gut. Und wieder immer das Gleiche, wenn wir Ressourcen kriegen. Und auf geht's zum Boss. Und den machen wir jetzt mit Ehren nochmal, würde ich sagen. Warum auch nicht. So. Ab geht's. Verwandle dich mal, ne? Und auch Ehren macht unsere Häuser kaputt, ne? Und gleich nochmal, ne? Weil es so lustig war. Boom. Und weil es so lustig war. Machen wir's gleich nochmal, ja? Macht viel Schaden gegen ihn. Ha, 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 jawohl. Ja, steig auf ihn drauf, Ehren. Ah, ist schon weg. Na gut. Sieg. Du gewinnst. Jawohl. Stufe 66. Wir kriegen aber immer nur einen Punkt dazu. Stimmt das? Vier Titanen haben wir gefangen, eh gut. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Zielgebiet. Ich nehm's mal stark an. 32 Minuten haben wir jetzt schon. Wir werden's gleich sehen. Ja, es kommt noch ein Gebiet. Na dann. Gehen wir da gleich hin. Hau mich in die nächste Ladebildschirme, bitte. Ich trink mal was. Ah, ein bisschen trockenen Mund haben wir da, he? Von vielen Quatschen. Von okay und so und ich weiß nicht, was ich alles so rede. Na komm. 2 cm, 1 cm, komm. Jawohl, ab geht's. So, wo sind wir denn? Wir sind genau in der Mitte. Das wird lustig. So, mal unser erster Turm. Nein, den wollte ich nicht, aber ist wurscht. Vielleicht wird er ja benutzt. Von irgendeiner KI. So, was muss ich denn machen? Sind da vier Bosse, die da kommen? Ernsthaft? Wir sind wieder in der Stadt. Sehr geil. So, da hinten habe ich irgendwo einen vergessen. Der wurde mir nicht angezeigt. Da ist er jetzt. Der ist jetzt wieder angezeigt. Achso, der war da drinnen. Und dann gehen wir da drüber. Die Signale können noch ein bisschen warten. Na, wie wäre es, wenn es dich ranzieht? Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Uiuiuiui. Ja, 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 ja. Ja, ich komme. Oder ich schicke dir wen, besser gesagt. Schnell, schnell, schnell. In die Mitte. Ich glaube, ich muss das halten, oder? So, ein bisschen schneller, wenn es geht. Danke. Das tun wir mal wechseln. So, dann bauen wir mal hin. Mehr Ressourcen, bitte. Ich bin ressourcengeil. Entschuldigung. So, du bist klein. Du interessierst mich nicht. Du bist groß. Das ist schön. Selber schuld. Ausgezeichnet. Da hinten braucht jemand Hilfe. Na, treffen wir ihn heute noch. Alter, was ist denn los mit meinen Kadetten? Wie sie alle da rein stürmen. Video-Argen. Was ist da los? Komm gar nicht da weg. Rauf mit dir. Und runter mit dir. Mitten in der Drehung habe ich dir das Bein abgeschnitten. Wunderschön. So. Rauf mit dir. Fanot, bitte. Danke. Das passt schon. Da hinten kommen die nächsten zwei. Ist ein Wahnsinn. Da ist jetzt viel los. Mach ihn nochmal weg. Dankeschön. Und du machst den weg. Dankeschön. So, aber jetzt. Jetzt können wir zu den Rauchsignalen gehen. Mal daher. Ah, meine Klingen sind hin. Na, dann wechsel mal. Und das wechsel auch gleich mal. Alles ist gut. Komm, komm, komm. Rauf mit dir. Da braucht wer Hilfe. Und runter. Perfekt. Gleich hinanvisieren. Sehr gut. Er hat ihn schon losgelassen. Sehr löblich. So, zu Konny als nächstes. Und dann gehen wir zur Ehren. Oder gleich zur Ehren. Ja, gehen wir zuerst zur Ehren. Ich will ja nicht, dass der abnippelt. Da oben können wir einen Turm hinstellen. Super. Ah, Moment. Den können wir fangen. Dann fangen wir den natürlich auch. Schnell, schnell. Jawohl. Ich glaube, ich habe ihn noch das Leben gerettet. Oder ihr? Puh. Das war knapp jetzt. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. So, wir können auf jeden Fall wieder Ehren holen. Ich bin auf jeden Fall wieder Ehren holen. Ich bin auf jeden Fall wieder Ehren holen. Ich bin auf jeden Fall wieder Ehren holen. Nein, 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 nein. Nein, dann schicken wir den Katheten hin. Und gleich nochmal. Gut. Oh, da ruckelt es jetzt. Na, perfekt. Okay. So, Mission erfolgreich. Auf jeden Fall. Dann gehen wir gleich da runter. Und dann machen wir gleich den Boss. Wir schauen dann kurz auf die Karte. Moment. Ja, ja, ich weiß. Danke. Wir sind gleich da, Christa. Wir sind gleich da. Uh, das sind viele. So, Nummer eins. Dann holen wir mal Conny. Schnippschnapp, Hände ab. Geht's da? Lange nicht mehr gesagt, hm? Aber zu oft vielleicht. Ah, wo? Wo, wo? Wo, wo? Da hinten? Okay. Ah, ich muss, ich muss wechseln. Ah, ich muss wechseln. So, der eine hat der Karte jetzt gemacht. So, allerdings muss ich da rauf. Habt ihr die Augen von den unteren gesehen? Boah. So, wechseln bitte. Alles wechseln. Aufklärung, ja. Ich bin da. Achso, ich muss die alle noch wegräumen. Okay. Na, dann machen wir das auf die Garten. Bleib so. Ah, schade. Und rauf mit dir und runter mit dir, Farnot. Perfekt da. Somit ist die Mission erfolgreich. Perfekt. Lasst mich da durch. So, da oben können wir wieder einen Turm bauen. Das machen wir auch gleich. Den fangen wir. Der schaut so halbwegs normal aus. Na, nicht den anvisieren. Danke. Hast du was auf den Händen? Na, du hast was auf den Beinen. Und jetzt geht's rauf auf den Kopf. Na. Ah, perfekt. So. Mich haut's irgendwo da runter. Danke. Dann bauen wir mal. Zack. Perfekt. Und jetzt gehen wir rüber zu den Bossen, würde ich sagen. Gehen wir mal da rüber. Auf die rechte Seite. Nein, 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 nein. Alles mit der Ruhe. So. Dann wechseln wir mal ganz kurz. Messerchen auch. Da sind sie auch schon. Machen wir mal schnipschnapp Hände ab, hm. Kriegt da viel Schaden. Perfekt. Und gleich rauf aufs Kopf. Ja, ist kein One-Hit mehr. Auch nicht nach zwei. Na. Auch nicht nach drei. Einer geht noch. Nö. Leider nicht. Aber wir holen jetzt Ehren. Damit er auch ein bisschen seinen Spaß hat, hm. Ja. Und bleib liegen. Ich hab gesagt, du sollst liegen bleiben. Na, stirbst heute noch? Danke. Ich hab gesagt, wir sind ebenbürtig. Das glaube ich nicht. Nö, das glaube ich nicht. So, da vorne ist gleich der Nächste. Ah, das ist so ein Griecher. Okay. Den könnte man mal versuchen zu fangen, hm. So, jetzt da. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Machen wir mal Schnipschnapp. Ja, die Hände sind dann gleich weg. Das ist super. Perfekt. Ein bisschen noch. Ah, okay. Du willst Ärger. Kein Problem. Den kriegst du. Selber schuld, wenn du dich mit mir anlegst. Wechsel mal. Von Not. Wechsel alles. Ist da wieder einer? Ah, okay. Ähm. Wir gehen weiter hin aufs Bein. Nein. Alter, ich krieg das Bein nicht ab von ihm. Selbst mit viel Schwung endlich. Bleib so mit deinen Armen. Sehr gut. Bleib so mit deinen Armen. Sehr gut. Und jetzt fangen wir an. So, und wir bauen wieder natürlich den Turm da auf. Ah, bitte Basis bauen. Danke. So, da unten. Aha. Wie auch immer der da herkommt. Und mir soll es recht sein. Ach so, die spawnen da. Die gängern da in die Mitten. Schnell retour. Ich hab's nicht gesehen. Alter. Komm, 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 komm. Gib Gas. Eren. Das ist ein Fall für dich. Verwandle dich. Und geh auf den Typen da gleich los, ne? Okay, den haben wir weg. Na, Eren, wenn du dich noch beeilst, dann können wir den auch noch retten, ne? Na, perfekt. So. Ah, X-Springen. Doch nicht ausweichen. So, da raus. So, da raus. Alter, Eren, du machst alles hin, ha? Wie er sich mitdreht, ha? Wahnsinn. Die KI lernt wirklich mit. So. Machen wir den letzten. Ja, ich weiß nur nicht, wo ich bin. Da. Sehr gut. Ah, weißt was? Wechsel mal alles, ha? Schwert da auch. Er ist eh schon im roten Bereich. Dann machen wir Schnibbel die schnapp. Die Hände, die müssen ab. Sie bleiben aber allerdings dran. Das gefällt mir überhaupt nicht. Huh, das war gut. Von Damage. Oh, das geht. So, wer grün? Oh, das geht. Ah, das hat gereicht. Sehr gut. Sieg. Du gewinnst. Und trotzdem einen S-Rang. Sehr, sehr gut. Kommt jetzt noch ein Bereich. Auf jeden Fall viele Sachen, die wir da immer kriegen. Drei Titanen haben wir anscheinend gefangen. Das ist gut. Kommt noch einer? Wir haben nämlich schon 47 Minuten. Ich glaube, einer kommt noch. Wir werden es gleich erfahren. Ja, einer kommt noch. Habe ich ja gesagt. Das wird ziemlich lange jetzt. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Bring mich dorthin, bitte. Ich habe es gewusst. Bring mich dorthin, bitte. 2 cm. 1 cm. Komm. Jawohl. So, wir gehen wie immer mal da zurück. Und wieder im Schnee hier. Nö. Du lasst bitte meinen Turm da in Ruhe. So, wo ist denn der Nächste? Da hinten. Gleich da hinten können wir dann auch gleich einen hinbauen. Vielleicht wollen wir dann den auch kaputt machen. Ich weiß nicht. So, meine Kadenten geht es auf jeden Fall gut. Die lernen von mir, glaube ich, ziemlich viel. Die werden einmal so stark wie ich. So, Moment. Da drüben irgendwo. Da ist er. Okay, da schickt man einfach den Katheten hin. Nein. Dann schickt man den zweiten auch noch hin. Jawohl. Sehr brav. Der zweite hat er getroffen. Na dann. Würde ich mal sagen. Türmchen. Haben. Und ab geht die Post. Okay, Moment. Ähm, wir gehen geradeaus weiter. Da vorne ist noch einer. Wir triggern aber die Bosse noch nicht, würde ich sagen. Okay. Jetzt da. Perfekt. Bosse noch nicht triggern. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Da drüben haben wir ein paar vergessen. Wir gehen einmal zum Signal, würde ich sagen. Den nehmen wir mit. So, rauf mit dir. Rauf, rauf. Ja, ja, natürlich. Der Baum. Also, ich liebe Bäume, ja. Wirklich, ich liebe Bäume. Aber hier in diesen Spielen da nerven sie nur. Mach ihn einmal weg, bitte, Kathed. Dankeschön. Nein. Du sollst... Ei, du solltest doch aufs Kopfball gehen, ha? Habe ich dir das nicht gesagt? Dann war es mein Fehler. Entschuldigung. So, runter da, weiter. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Tour de boah, tour de boah. Und ab geht's. Ah, sind keine One-Hits mehr. Das macht's ein bisschen mehr Spaß wieder. Perfekt. So, und Gas gleich wechseln. Und die Klingen, würde ich einmal sagen, auch gleich. Wer braucht denn da Hilfe? Ehren und dann gehen wir zur Armin zuerst. So, wir gehen aber ein bisschen weiter und da nach links. Ah, wir gehen ganz nach links. Da stehen noch zwei. Die auf der anderen Seite hole ich mir jetzt gar nicht mehr. Nö. So, mach ihn weg. Perfekt. Dann gehen wir da nach vorne. Der macht wieder dann meinen Turm kaputt, gell? Lasst meine Turm in Ruhe. Lasst meine Türme in Ruhe. Alle meine Türme. Nicht nur den einen, sondern alle. Prinzipiell, hm? So, hier ist gleich der Nächste. Da können wir auch gleich einen Turm aufstellen. Der chillt da. das kommt davon. Und ab geht's. Rauf mit dir wieder in die Lüfte. Also, das ist nur ein kleiner. Aber wir können da auch wieder einen Turm hinstellen. Super. Geh rein da. Und geht schon. Perfekt. So, SOS. Da braucht jemand unsere Hilfe. Ob ich jetzt riefe oder nicht, ist egal. Hauptsache, er lasst ihn los. So, da durch bitte. Danke. Und Türmchen. So, und Armin jetzt. Armin jetzt. Ich komme, ich eile, ich fliege, ich bin gleich da. Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Und. Ah, jawohl. Das ist so geil, wenn man dann trifft. Und der Entfernung. So, der Baum. Den bin ich schön umgangen. Ja, jawohl. Da unten geht's gleich weiter. So, einmal um die ganze Welt. Ja, das war zu wenig Schwung. Schickt mir den Katheten einfach hin. So, und jetzt zu Ehren, würde ich sagen. Wie viele haben wir denn jetzt da schon gemacht? 20, ich glaube das reicht eh, oder? Ich glaube wir können dann auch gleich die Bosse machen. Den nehmen wir natürlich mit. Ah, du wolltest, ha? Leider Gottes zu spät. Min Jung T Ja, sehr gut. Das hätte ich mir gar nicht dacht, dass das jetzt noch funktioniert. So, mein Akku ist leider Gottes leer. Mal kurz wechseln und auch bitte einmal die Schwerter. Perfekt. So, Aaron, ich bin hier. Hey, ich könnte hier drüben Hilfe gebrauchen. Ja, deswegen bin ich ja da, Aaron. So, den machst du und du? Und sollte eigentlich weg sein? Jawohl, sehr gut. So, hier können wir noch einen Turm hinstellen, das machen wir auch. Zack. Wir machen das mal klein. Ja, okay, gut, auf die letzten drei pfeife ich. Wir gehen dann zum Boss, würde ich sagen. Und zwar zu dem zuerst mal. da oben können wir noch ein Türmchen hinstellen. Das war knapp, jetzt hätte ich mich fast verdrückt. Da drüben können wir auch noch einen Turm hinstellen. Perfekt. Und da ist der Boss. Also einer von den beiden. So, bin schon da, bin schon da. So, das war der falsche Fuß, das war sie selber, danke. Ja, sei nur angefressen, ich mach dich trotzdem kalt. Ob dir das taugt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. So, rauf mit dir aufs Kopfhörl. Und Kathett gleich hinterher. komm, 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 komm. Jawohl, das ist sich gerade noch so ausgegangen. Okay, rauf mit dir. Den nehmen wir noch mit. Perfekt. So, und dann tun wir auch noch gleich wechseln. Da können wir nämlich noch einen Turm hinstellen. Und ab geht's. Alles gut, perfekt. So, rauf mit dir da. Und bauen. Dann gehen wir da gleich weiter. Und da stellen wir natürlich auch gleich auch einen hin. Perfekt. So, was ist mit dem da hinten? Macht ein bisschen Ärger? Na, gar nicht. Er liegt einfach nur. Er will einfach nur liegen und chillen. Ich kann das schon verstehen, aber trotzdem. leider Gottes steht auf meiner Abschlussliste. Rauf mit dir, van not. Ah, warte. Entweder will er so sein, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Wartet einmal. Wir machen uns da jetzt einen kleinen Scherz. Ich sage nur eins, feuerfrei. zwei. Baller mal auf ihn. Hallo. Ich glaube, in dir. Ja, er ballert auf ihn. Ach, sehr gut, er hat ihn rausgebracht aus dem Park. Falls das einer war, ich weiß. Alter, ich will. Ja, danke. Ab geht's. Was? Was? es ist ein ein Scherz. Vergiss es, gegen mich kommst du nicht an. Eren, verwandel dich mal, dann geht das schneller, nämlich. Ja, Sieg. Du gewinnst. Macht Spaß. Macht extremst Spaß. Super. So, kommen wir jetzt wieder retour oder kommt jetzt noch eins? Nein, wir sind fertig. Perfekt. Ah, eine kleine Pause. Eine Stunde habe ich jetzt aufgenommen. Puh. aber bevor wir das jetzt machen, oder mache ich das selber? Ich weiß nicht. Also, ich würde auf jeden Fall das neue Pferd kaufen. Auf jeden Fall. Uh, schaut mal. Aber die Herzen mache ich dann selber. Ich schaue mal ganz kurz mit euch wegen Pferde. Pferde können wir mich hier kaufen? Ja, ja, ja. So, uh, das ist ja prächtig. Und Schimmel anlegen. Ja, bitte, wir haben ein neues Pferd. Perfekt. Ja, scheint anscheinend das Beste zu sein momentan. Jo, ich habe dich auch gern. Danke, dass es dich gibt. So, schauen wir ganz kurz, wie viele Herzen gibt es denn? Eins, zwei, drei. Drei Herzen gibt es. Gut, dann beende ich hier den Part. Wir sehen uns dann wieder beim Aufklärungs-Trupp da hinten. Ihr kennt euch aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht das gut. Tschüss, Papa, euer Herzfehler.